Also, ich meine, wir haben ja auch gedacht am Anfang, das ist doch ein riesen Schmarrn, ja? Also, irgendwer macht sich da doch einen saudumen Spaß, ja? Aber dann ist es im Lokaltein von der Süddeutschen gestanden und das ist natürlich der Beweis, dass es stimmt. Und dann noch im Merkur und im Amperkurier, da meint ich Schäxen, zieht nach Olschen, in zwei, drei Wochen is er hier. Der Michael Jackson zieht nach Olschen, der einen Wahnsinn muss sorgsten für Dortmund. Der Michael Jackson, der zieht nach Olschen, aber nicht nach Eastingamp, am Wochen oder Arn. Quart Gedanken verschwendet er der Michael an Marmendorf und Trübenzell. Tuchheim-Wort stand überhaupt nie zur Diskussion, bat mit Olschen in Lafifert. Der Michael Jackson, der hat sich in Olschen, 32 Reihenhäuser, kauft praktischer Ganzen. Adolf Kolping, Wegwart, oder dritt bei der Kindergarten aus. Er tut Bungalows und Doppelhaushälften rund um die Blaumeisenstraß. Für sein Neverland-Tuch in Olschen-Central, da braucht der Michael an Platz. Die Woche drauf sind die Sattels, schleppen wir schon kommen, ein ewig langer Konvoi. Der Michael, sein Privatsohn, der kommt in die Reihenhäuser rein. Weil der Michael selber, der wohnt ja in der Blaumeisenstraße, 4 bis 38 A. 42 umgebaute Doppelhaushälften, seit gestern ist er da. Michael Jackson, wo in Olschen? Da sagst du nix mit Fürsten Pepok. Michael Jackson, ihm gefreut's nämlich in Olschen, sagt der Melike, nimm er zurück. In Deutschland, da hätt er seine treuesten Fans und in Olschen alles, was er braucht. Da gibt's ein exzellentes Musikfachgeschäft. Einen Lieders, einen Schlecker, einen Netto, einen Traum, einen Hauch, einen Edeka, einen Spanbrust, einen Aldi, eine Rebe und einen Becker auch. Ich muss sagen, wenn es dein Michael so persönlich kennenlernst, ja, ist wirklich absolut korrekter Typ, ja. Er hat mir ganz toll einmal im Aldi, der Schlange, oder wie man sich in der Früh ein bisschen misskonstigt, ja. Auf alle Fälle hat sich dieser Michael Jackson wieder erwarteten Saukurs einzigriert und an der Volkshochschule. Und der Olschen einen Deutschkurs absolviert. Dann fahrt der Michael mal nach Österreich in Urlaub, oder er ist auf Niederbayern-Tournee, dann pflanzt und füttert und gießt und schaut nach dem Rechten eine ganze Nachbarn-Armee. Und der Michael Jackson wohnt in Olschen, im Landkreis Fürsten Pepok. Und der Michael Jackson, dir gefreut's so kurz in Olschen, er mechert nimmer zurück. Die Gächtlichkeit für Olschen, seit Jahrtausenden bekannt. Olschen, oh du mein Olschen, die Ferne an Amperstrand. Er war schon in Unterpappenhofen, wo und jetzt vielleicht, am ihm, der lief und reichen auch, oder ein Porn, mich hat nicht gekriegt. Aber am Anfang hat es alles damit, dass der Michael Jackson nach Olschen zirkt.